Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich Gipskarton spachteln und somit auch die Trockenbauerie-Gipsplatten mit so einem Gewebeband hier richtig verspachteln kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Platten sind schon richtig an das Holzständerwerk geschraubt und nun geht es einfach darum, dass wir mal unsere Fugen hier mit so einem Fugendeckstreifen bzw. Gewebeband abkleben, das Ganze relativ mittig setzen. Denn dieses hat einfach den Sinn, dass danach bei meinen Fugen keine Risse entstehen können. Wenn das Band dann drauf ist, dann geht es einfach darum, dass wir mal Spachtelmasse wie zum Beispiel Knauf Uniflod hier drüber geben. Bevor wir mit der Arbeit beginnen, sollten wir aber unbedingt noch zwei Sachen kontrollieren. Zum einen sollten alle Schrauben wirklich leicht versenkt sein, dass da natürlich später auch Spachtelmasse drüber passt. Wenn nicht, dann einfach mal einen Kreuzschraubendreher zur Hand nehmen und die überstehende Schraube etwas weiter reinschrauben. Außerdem müssen natürlich alle Kanten irgendwie angefasst sein. Das hat einfach den Sinn, dass das Ganze nochmal eine bessere Verbindung mit unserer Spachtelmasse bekommt. Und wenn das Ganze nämlich nicht angefasst ist, was man normalerweise auch zuvor macht, dann einfach mal noch ein Cuttermesser zur Hand nehmen und einmal hier diese Kanten noch etwas anfassen. Wenn also alles passt, mal den Fugendeckstreifen, wie gesagt, mittig ansetzen. Und dieser ist ja normalerweise auch selbstklebend, weswegen wir ihn einfach mal über unsere ganze Fuge dementsprechend kleben können. Zum Abschneiden verwende ich am liebsten eine einfache Kelle. Bedeutet, ich gebe das Ganze mal so weit, wie ich es auch brauche. Setze meine Kelle relativ stark gegen die Gipskartonwand an. Und dann kann ich nämlich auch schon meinen Fugendeckstreifen ganz einfach abreißen. Bei solchen T-Fugen sollten wir das Gewebeband einfach mal mittig bis zum anderen Band hin einsetzen. Bedeutet, ich gebe das Ganze jetzt halt, wie gesagt, hier in die Mitte und kann dann auch wieder mein Fugenband dementsprechend weiter nach unten ziehen. Meine Spachtelmasse habe ich jetzt schon mal richtig angerührt. Wie man das übrigens macht, habe ich auch in einem extra Video schon gezeigt. Und nun ist es einfach wichtig, dass wir unsere Spachtelmasse bitte jetzt nicht einfach nur so leicht nach oben ziehen, da die Spachtelmasse sonst wirklich nur auf dem Gewebeband oberflächlich drauf liegt. Bedeutet einfach, es geht am Anfang wirklich darum, dass man erst einmal diese Masse wirklich ordentlich durch unsere Fugen, also durch unser Gewebeband durchdrückt. Und danach kann man es dann nämlich auch ganz einfach nach oben abziehen. Am leichtesten ist es, wie gesagt, wenn ich nach oben gehe, denn wenn ich nach unten das Ganze ziehe, kann es einfach sein, dass mir immer mal wieder etwas nach unten droppt, was natürlich auch wieder ärgerlich ist. Das selbe Spiel machen wir natürlich bei unseren Querfugen auch. Erstmal wieder die Spachtelmasse ordentlich in die Fuge reindrücken und dann können wir sie auch schon seitlich einmal abziehen. Noch als kleiner Tipp, bei solchen Rändern bzw. auch Ecken würde ich zuvor immer erst einmal etwas Abstand von der Ecke lassen, denn dann kannst du das Ganze ganz einfach abziehen, ohne dass das Gewebeband mitgeht und dann am Ende einfach mal nochmal hier am Ende ganz vorsichtig ansetzen. Falls möglich, kannst du natürlich auch einfach in die andere Richtung gehen, dass das Gewebeband sich nicht einfach hier hinten wieder löst. Bei solchen T-Stücken hier kann ich dir auch noch den Tipp geben, dass du jetzt zum Beispiel von der einen Fuge ganz vorsichtig in die andere Fuge übergehst, denn dadurch hast du meistens dann auch nochmal etwas weniger Übergänge, die wir am Ende natürlich stören. Unsere versenkten Schrauben können wir jetzt auch schon einmal zuspachteln. Hierfür einfach etwas Spachtelmasse auf die Kelle draufgeben und dann geht es darum, dass wir erst einmal in eine Richtung das Ganze schließen und dann aber auch im Kreuz, also in die andere Richtung noch einmal drüber gehen. Denn würde ich jetzt nur in eine Richtung drüber gehen, dann würden sich natürlich diese versenkten Schrauben sicher nicht komplett füllen und das vermeiden wir, wenn wir im Kreuz darüber gehen. Nun geht es einfach darum, dass wir mal unsere Spachtelmasse für mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Danach haben wir auch schon unsere Qualitätsstufe 1 erreicht. Bedeutet, wir könnten dann ganz einfach darüber verputzen oder zum Beispiel auch Fliesen anbringen. Ich möchte meine Wand aber auf jeden Fall noch auf die Qualitätsstufe 2 bringen. Bedeutet einfach, ich gehe danach noch mit einer etwas feineren Spachtelmasse, wie zum Beispiel Knauf Uniflot Finish über das Ganze drüber und werde meine Fugen aber auch noch einmal etwas breiter ausspachteln. 12 Stunden sind rum, die Spachtelmasse hat sich jetzt noch etwas in die Fugen hineingezogen. Das ist übrigens vollkommen normal. Und bevor wir weitermachen, sollten wir jetzt erst einmal noch eine Kelle zur Hand nehmen und einfach mal über unsere Fläche drüber gehen, dass größere Grat jetzt auf jeden Fall noch entfernt werden, die natürlich beim zweiten Auftragen stören würden. Unsere Wand ist richtig vorbereitet und wenn du wirklich sehr viele Fugen bei dir zu Hause hast, dann würde ich dir auch noch empfehlen, dass du zuerst einmal alle Querfugen weiterverarbeitest und wenn diese dann getrocknet sind, dann kannst du dich um deine Längsfugen kümmern. Das hat einfach den Sinn, dass du hier nochmal einen sauberen Übergang zwischen diesen Fugen hinbekommst. Bei mir ist es jetzt natürlich so, dass ich nur ganz wenige Fugen habe, weswegen ich das Ganze jetzt auch in einem Schritt machen kann. Deswegen wieder Spachtelmasse auf unsere Klettkelle draufgeben und dann ziehe ich das Ganze erst einmal relativ mittig über die Fuge drüber. Das Wichtige ist jetzt nämlich, dass wir erst in der Mitte drüber gehen und dann sollten wir aber auch noch etwas unterhalb der Fuge und auch etwas oberhalb der Fuge das Ganze verspachteln, um natürlich nochmal einen besseren Übergang zu unserer Gipskartonplatte hinzubekommen. Hier noch ein kleiner Tipp, wie man jetzt den Übergang zwischen Spachtelmasse und unserem Gipskarton noch einmal besser hinbekommt, um natürlich später beim Schleifen sich wieder viel Arbeit sparen zu können. Ich persönlich setze das Ganze nämlich jetzt danach einfach einmal so an und gebe etwas mehr Druck auf die Unterkante, also da wo unsere Gipskartonplatten sind und ziehe das Ganze ab. Genauso mache ich es natürlich hier oben auch und gebe jetzt aber etwas mehr Druck auf die Oberkante. Das hat einfach den Vorteil, dass danach hier nämlich kein Grat entsteht und diesen Grat müssten wir nämlich danach natürlich noch einmal ordentlich wegschleifen und da spart man sich dann doch nochmal etwas Arbeit. Bedeutet, ich gebe jetzt etwas mehr Druck oben auf meine Klettkelle drauf, dadurch wird das Ganze auch schon besser und hier unten, wie gesagt, gebe ich jetzt etwas Druck auf die Unterkante und lasse aber in der Mitte Spachtelmasse noch gut überstehen. Wenn wir dann eine Fuge fertig haben, gehe ich am Ende gerne nochmal über diese komplett drüber, um natürlich, wie gesagt, wieder so wenig Grate wie nur möglich am Ende zu haben. Bei den T-Fugen schaue ich jetzt, dass ich von einer Fuge aus anfange und dass ich auch hier wieder einen ordentlichen Übergang in meine zweite Fuge mit reinbekomme. Genau dasselbe Spiel kann ich natürlich auch von der Längsfuge in meine Querfuge reinmachen. Meine Fugen sind auf jeden Fall richtig verspachtelt, das Gewebe ist auf jeden Fall ordentlich überdeckt und auch der Übergang zu meinen Gipskartonplatten, der schaut schon relativ gut aus, weswegen ich hier natürlich nicht so viel schleifen muss. Wichtig ist auch, das Ganze muss jetzt hier wirklich nicht hundertprozentig glatt schon sein, da wir, wie gesagt, eh noch schleifen müssen und natürlich dauert es beim ersten Mal auch deutlich länger, da man hier doch etwas Übung braucht und ich bin auch wirklich noch nicht perfekt. Wenn es aber passt, dann können wir auf jeden Fall mal noch eine zweite Lage bei unseren Schrauben draufgeben und wenn wir auch das haben, dann haben wir schon unsere Wand in der Qualitätsstufe Q2 richtig gespachtelt, müssen das Ganze natürlich trocknen lassen und können es dann zum Beispiel auf Qualitätsstufe 3 oder auch 4 weiterverarbeiten, schleifen, grundieren und natürlich auch streichen. Dafür habe ich natürlich auch schon extra Videos auf meinem Kanal erstellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt so eine Klettkelle, Gewählband oder natürlich auch Uniflot normal beziehungsweise Uniflot Finish zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.